Hallo ihr Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Terraligma natürlich für den Amiga 500 Ne, Super Nintendo, so war das So, ja das letzte mal haben wir ja ein paar Orte besucht wie zum Beispiel Grönland und haben dort einen Pinguin in eine Blume gegeben, dafür haben wir im Gegenzug einen Mondschein erhalten mit dem wir noch nicht viel was anfangen können, aber viel später wäre noch sehr sehr wichtig und ja, dann sind wir nach Liotto ja, geflogen, gefahren, gegangen, was auch immer wir haben Liotto auf jeden Fall erreicht und jetzt stehen wir hier und gucken einen lustigen Clown zu, wie er jongliert ich kann zwar nicht jonglieren, aber ja, der Clown ist dafür so, ja, was wollten wir machen? wir wollten tun nichts vermeiden in die Nähe dieser Person da beim Zuckerwattestand hinzugehen äh ja, wie gesagt, wollen wir einfach nur weg, weg da bloß ignorieren Meilin ist böse Meilin ist böse bestimmt, ganz bestimmt und wir gucken uns so weiter Häuser an wir waren, glaube ich, gar nicht drin Hi Mein Sohn ist Fußballfan, er denkt nichts anderes was soll's denn? Das Leben ist kurz und man soll nur das tun, was auch Spaß macht ja, das stimmt auch naja, nicht ganz man muss auch mal Sachen machen, die nicht Spaß machen, aber man muss durch, Leute, man muss da durch, eh egal, also so, und der Sohn hat ein Poster von, äh, Pelé das ist einer der wenigen Fußballspieler, die ich kenne denn, ganz ehrlich, Leute, ich kenne Fußball so gut, äh, mit Fußball kenne ich mich so gut wie gar nicht aus weil ich sage, so gut wie gar nicht, meine ich absolut gar nicht so, und, ähm, dafür, dieser kleine Junge hier, reden wir doch einfach mal mit dem Hallo, ich bin Fußballfan Jo, würde ich auch sagen, wenn ich, wenn ich, äh, wenn, meinst du mal jemand reinkommt, würde ich auch sagen Hi, ich bin Let's Player, ja, egal Hallo, ich bin Fußballfan, magst du Fußball? Äh, klar, ich, äh, mag Fußball über alles, äh, ich spiele, äh, zu Hause in, äh, Christa habe ich auch eher, äh, mit, mit Hühnern Fußball gespielt, so Ich liebe Fußball, ich bin Bayern-Fan Ja Ähm Oh Mann, das sind die letzten Loser Hm Ja, ich, äh, sehe schon vor mir, wie, hier, die, äh, Kommentare zerplatzen von wegen, Bayern ist toll, Bayern ist scheiße, sowas halt, ne, die ganze Zeit Kein Kommentar dazu, einfach Hallo, ich bin Fußballfan, magst du Fußball? Äh, was sei, was, sagt er was anderes? Ich liebe Fußball, noch lieber mag ich Eishockey Schon klar, aber ich rede vom Kicken Oh, ich hab's weg gedrückt Hallo, ich bin Fußball, sagst du noch was? Ich liebe Fußball, was ist dein Lieblingsverein? Keine Frage Der FC St. Paul Ich wette, da haben die, die deutschen Übersetzer haben sich ein bisschen selbst reingepackt, also selbst übersetzt Also, ihr wisst, was ich meine, äh, äh, das ist sehr merkwürdig auf jeden Fall Astarika nicht geachtet, mit der haben wir schon geschworen Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, die Einwohnerpflegen gesetzt wird im Ritual Ich weiß schon, ich weiß schon Schreib mich doch nicht so an So, äh, hast du mal hier Wir haben ein ganzes Haus mit einer Frau und einem Affen Hießen sollen Affen nicht niedlich, tanzt sogar Samba Hi Affe, na? Ich kann mit Affen ja nicht mal reden, schade Aber dafür kann ich mit Rennmäusen reden Wissen wir noch was, letzte Folge So Das Leben ist kurz, äh, ist nur sehr kurz Man sollte keine Sekunde vergeuden Das stimmt Sollte es nach Möglichkeit immer nutzen Mein Mann ist Fischer, aber zuletzt war der feindlich besonders Er sagt, es hängt mit Erscheinung der nächsten Insel zusammen Ah, der nächsten Insel Ach, yeah, Leute, ich erinnere mich jetzt wieder Du bist da auch noch mal gleich hin Und, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal Bäm, hehehe Noch ein, noch ein, noch ein So Und Bäm Äh, Leute, wisst ihr was Ich glaube, wir müssen, wir müssen jetzt hier durch Hallo, willst du uns so keine Werte kaufen? Kostet nur 10 Teile Willst du etwas kaufen? Hm, ja Hier, bitte Fressen wir das mal Lecker Die haben ein bisschen zu staunen, bis dein Leben ist So, mehr haben wir hier nichts zu tun Ach doch, ja, komm, komm Augen zu und durch, ich will da nicht Hehehe Endlich Endlich habe ich mich wieder Hehehe Lass mich wieder allein Nein Geh weg Geh weg ich will nichts von dir nein nein einfach nein nein ich habe mich ersaufen bei dir zu bleiben nein bitte nicht nein bei mir bleiben für immer nun ja ja beide allein dieser fremste nein nein ein ganz großes nein 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 und nachmals nein die Kommande das Hotel hat auch ein Doppelzahl aber nein ja hat es aber nein geh weg geh weg geh weg nein hörst du auf hörst du auf mir hinterher zu rennen geh weg geh weg nein aus aus böse böses wie böses aus nein die werden wir jetzt nicht mehr los es war doch ein Fehler anzureden wo wirst du hin ist hier noch viel zu sehen ja ist ja toll für dich hier wir gucken uns einen Clown an bleib bei dem red nicht von der Liebestatu du Penner ja toll da gut geh mal rüber hoch ja toll oh wie romantisch oh wie romantisch so das war ihre Stimme nein nicht mit dir paar die dich hier verlieben werden immer glücklich sein ja das mag schon sein aber wir werden uns nie verlieben nie hier das ist nicht eine schöne Geschichte ähm es geht so oder totaler Quatsch es geht so hm ja aber vielleicht doch etwas übertrieben sei still du bist wohl nicht besonders romantisch hm ich so ich glaube fest daran hör mir zu es gibt jemanden den ich sehr mag sehr sehr mag sogar dieser Hirn bist du arg weiche von mir weiche und wenn ich schon jemanden liebe will ich dass er meine Gefühle erwidert so oh mein Gott was ist mit den Mädchen los geh weg ich werde heute Abend zurück sein werde dir über deine Gefühle klar arg verdammte Scheiße nochmal äh 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 hilf mir hilf mir Jesus äh 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 Früchte gegen den du hast Äpfel du 8 Taler und Melonen 12 Taler ähm Melone ich bin durstig ich kaufe wir hatten hier ja eine gute Ernte lecker lecker so und äh ich hab den Text weggeklickt ich weiß nicht was da stand ist mir auch egal so Leute jetzt müssen wir nochmal pennen gehen äh ich würde am liebsten wirklich einfach nur abhauen und dieses Milch an den nie wiedersehen nie wieder nie nie wieder na gut zum Glück haben wir ja hier unendlich oft schlafen das heißt ja zum Glück deswegen muss ich jetzt äh hier muss ich jetzt hier äh äh nochmal zu dieser komischen Statue hoch zur Jesus Statue naja und jetzt sehen wir ja auch Liotto bei Nacht und wir sehen auch dass die ganzen Leute immer noch äh aktiv sind ja ja so ist das Liotto so ja bring mal das hinter uns arg 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 oh mein Gott Leute erkennt er sie wieder es ist Merlina aus Christa keine Sorge der Weise weiß dass ich hier bin es ist schön hier dank dir gibt es wieder solche schönen Orte hmmm seit du gingst arg wurde mir etwas bewusst der Kristallnebel und die Schönheit von Christa all das bedeutet mir nichts wenn du nicht an meiner Seite bist jetzt merke ich erst wie einsam ich ohne dich war arg ich möchte mit dir zusammen sein arg nein geh nicht nein geh nicht was machst du hier arg ich liebe dich bis heute Nacht das ist eine große Liebe du denkst nicht an mich arg dein Herz ist bereits ergeben aber nicht an mich ich weiß jetzt du hast mich nie geliebt das sage ich doch die ganze Zeit ich hasse dich ja schön tschüss tschüss dieses Märchen ey Leute die ist endlich weg oh mein Gott Leute das ist so schön das ist so schön so und inzwischen ist auch wieder Tag hier in Jotto und ich glaube hier haben wir alles erledigt so oh Gott Leute mein Lin ist endlich von von uns weg und hoffentlich kommt sie nie wieder ich weiß es gerade nämlich gar nicht so genau aber ein Magier hier eigentlich würde gerne noch ein Magier treffen ach ne Moment mal es gab hier doch in der Nähe trotzdem ein Magier Moment da geh ich gerade mal hin denn für den nächsten Dungeon wäre es glaube ich ganz von Vorteil äh das war jetzt mal tatsächlich ein bisschen Magie verwenden und ich erinnere mich hier gab es noch eine Seele und ich hoffe du verkaufst den Ring den ich haben möchte Willkommen bei Magier Willkommen bei Magier Willkommen bei Magier Willkommen bei Magier äh ich glaube das war der Blitzring ne ähm nun ja dann kaufen wir mal ja zwei Stück jo ist okay danke sehr sehr wir werden uns wieder äh ich habe keine Ahnung was das stand ich habe gerade irgendwas ich weiß gerade selber nicht was ich da gesagt habe ja nicht hinterfragen Leute einfach sagen jo läuft läuft so und da wir jetzt in Liotto alles geklärt haben äh gehen wir jetzt einfach mal hier in den Hafen von Liotto und hier ist irgendwas los habe ich ja alle kapiert verwirrt werde ich für das Unternehmen ist es aus wenn ich zum Kampf gegen die Mannschaft setze erhält wohl ein Schiff von mir traust du hier als die Mannschaft zu bekämpfen ja ja pah so viele gestandene Männer aber was ist mit Mom was also äh aber keiner mit Mom was als Schiff da da bin ich doch direkt dabei so na was sagt ihr hier dazu viele sind verschwunden wir können nicht mehr zur See fahren alles begann als der Turm erschien der nächsten Turm erscheint im Ars des Meeres und mit ihm Monster hier in den Schiff sollte gehen Chef ich melde mich du Fremder du willst uns helfen wenn du die Monster besiegst dann geht dir ein Schiff na willst du na klar man ihr Feiglinge überlasst die Angelegenheiten nur mir ja ja ehrlich du tust es fantastisch wenn du bereit bist geh an Bord ich werde dich zum Turm bringen ok äh können wir uns hier noch irgendwie an Bord umsehen äh ne wir haben uns den Hafen noch gar nicht richtig angeguckt ist vielleicht auch mal ein Haus hier mit einem Kristall das wäre ja super awesome äh sieht nicht danach aus hier ist glaube ich überhaupt gar kein Haus ne ne nicht wirklich gut dann würde ich sagen wir setzen uns mal schnell die Segel los geht's ich bin ganz heiß drauf wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen arrr setzt die Segel lichtet den Anker so und da ist auch schon der Turm mhm das hat jetzt aber gedauert so wir sind im Turm und diese gefährlichen Monster die sind hier alle im Turm drin könnt ihr sie schon sehen die ganz gefährlichen Monster Was ich mich allerdings immer gefragt habe, ist, warum geht es hier mal weiter runter, obwohl wir uns in einem Turm befinden? Pass mal auf, es geht wirklich gleich mal weiter runter. So, äh, ja. Seht ihr diese Horden von Monstern? Seht ihr sie? Seht ihr sie? Könnt ihr sie sehen? Also, ich sehe sie nicht. Nun ja. Hm. Nicht gerade viel hier unterwegs. Aber, ah, da oben, seht ihr auch schon, seht ihr schon, seht ihr schon da? Da oben haben wir zwei neue Monster. Das sind die Säbelzahnkarpfen. Die Säbelzahnkarpfen haben 187 KP, bringen 62 Erfahrungspunkte, was schon eine ganze Menge ist, und hinterlassen 79 Gold. Schwach sind sie gegen den Blitzschicht und gegen Blitzmagie. So, und, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das dann so, wenn ich in deren Nähe komme, dann, äh, werden die eben irgendwie ganz, ganz schnell und schubsen mich um. Und, äh, nun ja. Und die könnten irgendwie Blower-Blasen spucken. So, aber das ist für uns kein Problem. Das passiert nur, wenn wir in deren Blickfeld geraten. So. Dass wir nicht mal gerade vorbeischwimmen. So, jetzt hätte ich gerne hier, äh, die Mission Impossible, äh, Musik. Und, um, und, indem du wie debucht machst, wenn du hast du, es leidere Sohn, und dann, sagst die Zukunft, und dann, dass dieou ist, die Mmm-Hачеison ich gume. Etwa, dassétait, dass dehe nasi nicht so Coldclub. So, wir müssen die DDR nicht beendet haben. So, wir müssen die Athlete hören. so untergehen auch schon dauern so Leute und ich würde mal sagen bis hierhin und keinen Schritt weiter ich hoffe diese Feuerwehr wieder Spaß gemacht drum würde ich sagen so Leute das ist ihr freude bis zum nächsten Mal schon mal die Sänger sein bis dahin